Hallo ihr lustigen Sternfahrer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Mars of Ryan Conquer the Stars mit den kommenden DLCs. Die Antaraner sind da und wir verteidigen uns jetzt erstmal hier gegen diese komischen Piratenplünderer, die keine Chance gegen unsere Superior-Raketengestelle haben. So, dele. Hier eine Runde noch, Forschung ist fertig. Wir nehmen den Elektronik-Computer selbst verfreilich und rüsten alle auf. Du kostest ja zum Glück überhaupt keinen Platz und wir können jetzt die Biotechnologie nehmen. Oh, das ist teuer gewesen. Aber wir haben jetzt die 800. Ich glaube, ich gebe dieses Geld jetzt tatsächlich aus, um das hier noch weiter zu verbessern. Krass, wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit 1600 zu investieren. Wir haben das Geld nicht, aber wir machen jetzt momentan, weil wir Stufe 2 haben, hier halt ordentlich Knete dadurch. Also wir kaufen denen im Grunde das Essen ab und machen jetzt hier einfach fucking 10 Nahrung netto pro Runde. Das ist sauviel. Dafür, dass wir bloß zwei Leute da drin haben. Wir können jetzt hier eigentlich... Das Lustige ist, wir brauchen eigentlich gar niemand mehr, der das jetzt für uns macht hier. Wir können jetzt hier voll auf Produktion gehen. Wir können hier einfach auf Produktion gehen. Komm, wir bauen jetzt hier die Sternenbasis. So, wir haben jetzt hier eine weitere Fregatte. Ah, jetzt sehen wir auch, es sind beide Anführer hier momentan da. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Bin mal am gucken. This is GNN. Oh, Untersuchung der Ruine läuft. Okay, irgendjemand erforscht das jetzt und die Psilonen finden das nicht witzig. Die Handelsabkommen sind abgelaufen, stelle ich gerade eben fest. Äh, wer erforscht? Ah, hier, hier sehen wir das. Der Psilone erforscht jetzt hier das Ding. Das bin ich am überlegen. Das hier haben wir ja leider keins in dieser Art. Das ist leider auch keine... Das ist einfach nur eine Asteroidenmine. Das hier ist halt eine anterranische Ruine. Wir sollten also theoretisch gucken, dass wir diesen Planeten irgendwann mal... Oh, das sind Piraten. ...in unseren Griff bekommen. Was sind da Piraten? Ne, das sind auch anterranische Ruinen. Das Problem ist bloß, ich glaube, da kann man nichts bauen. Das ist so ein bisschen so ein Fail-System hier. Äh... Ich glaube, ich gehe diese Piraten jagen. So, und wir müssen jetzt natürlich auch zuschauen, dass wir jetzt hier wieder unsere Handelsabkommen wieder auffrischen. Machst du das für mich? Hm, okay, warte mal, wenn ich jetzt auf 8 gehe, dann müsstest du es machen. Perfekt. Auf Wiedersehen. Und, äh, wen hatten wir sonst noch? Wir hatten noch die Darlok. Ah, wie hast du gesagt? Handelsabkommen machst du auch wieder mit bei dem Spielchen, ich möchte dein Geld haben? 20? Ich kann, glaube ich, echt 18 aus denen noch zusätzlich rausschlagen. Ja, kann ich. Und mehr Geld wird knapp. Vielleicht geht's ja doch... Es geht. Das ist sehr schön. Und auch aus euch kann ich 18 rausschlagen. Sehr gut. Wir machen jetzt saumäßig Geld. 134 pro Runde von Anfang. Ist das sehr viel. Und Zirconia ist gewachsen. Ja. Wir machen das Nicht-Angriffsabkommen. Es tut mir leid, dass ich die jetzt immer so abwürge, aber ich möchte euch ja eigentlich mehr vom Spiel zeigen. Und deswegen werde ich jetzt nicht, äh, jedes Gespräch, äh, durch die KI irgendwie, äh, euch zeigen. Das, äh, läuft dann so ein bisschen so dem Plan zuwider euch, äh, die, 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 die Änderungen im Spiel zu zeigen und wie sich das Ganze jetzt alles darstellt. Todesspurbel. Ja, haben wir jetzt. Aber ich will nicht... Die Todesspur eigentlich gar nicht. Gentechnik. Rustenerkundung. Die werden wir demnächst brauchen. Ja, die werden wir demnächst brauchen. Weil wir jetzt so einen, äh, schwachen Planeten besiedeln werden. So, du fliegst da weiter runter. Hier dauert es noch 5 Runden. Hier 2. Weiß gerade gar nicht, was ich da baue. Aber wir werden es gleich wissen. Oder ne, wir werden es nicht wissen. Doch, wir werden es wissen. Hier wird sie eingezeigt. Die Sternenbasis haben wir da gebaut. Okay, das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Dann baue ich jetzt hier wieder eine Weltraumfabrik. Und gleich sind wir da. Und jetzt, die News. Eine weitere Ruine wird untersucht. Okay, die zweite Untersuchung läuft durch die Mirschan allerdings jetzt in dem Fall. Und wie gesagt, ich möchte das ja eigentlich auch. Eine Dritte wird untersucht. Wer macht denn das jetzt? Die Trillarianer. Gut, also ganz mit unseren Gesellen. Wir werden uns da demnächst doch eigentlich auch mal dazu, oder? Das ist doch der Plan, dass wir da auch mal mitspielen. So, sind da jetzt wirklich Piraten? Ne, sind keine. Doch, sind. Wird bloß nicht angezeigt. Das ist ein Bug. Boom. Wir bekommen ein bisschen Geld. Hier sind jetzt definitiv auch Piraten. Das scheint ein Bug zu sein, dass wir jetzt nicht mehr sehen, was das hier versinkt. Und das ist ein Marodeur. Okay. So, hier ist das jetzt fertig. Wir bauen dadurch jetzt allerdings noch einen weiteren Zerstörer im direkten Anschluss. Wir verlieren tatsächlich hier einen, aber den tue ich gleich wieder da hoch. So, die schicke ich schon mal hier runter. Äh, Zarkonia. Ich hätte gerne, dass du mir hilfst, mehr Nahrung und Forschung zu produzieren. Raumschiffe fliegen lassen. Oh, das ist scheiße. Ähm, das ist jetzt extrem scheiße. Mein Kolonieschiff kommt jetzt hier gleich an. Ich muss jetzt hier die Weltraumfabrik opfern. Damit mein Kolonieschiff leben kann. Hehe. Doof gelaufen. Sau doof gelaufen. Hätte ich anders machen sollen. Machen wir hier die koloniale Steuerbehörde. So. Und der bombt jetzt hier die Struktur noch weg. Ja, 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 ja. Du fliegst jetzt hier in Sicherheit. Es wird, äh, das ist ein Bug, wie gesagt, äh, wird wahrscheinlich, äh, noch weggepatcht. Sollte natürlich so nicht sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das wird auch sicherlich so nicht bleiben. Das machen wir auch hier die koloniale Steuerbehörde. Das kann ich zum ersten Mal hier die Warteschlange im Grunde benutzen. So, diese Sachen baust du jetzt hier alle mal so in Folge. Auf Zarkonia. Ja, denn wir können hier, aufgrund der Tatsache, dass wir die ganze Nahrung hier gestellt bekommen. So, sehr gut, erledigt. Von den, äh, Zarkoniern hier einfach alles abgrasen. Beziehungsweise alles bauen. Das ist sehr mächtig. Manni, Manni, Manni. Äh, du fliegst dahin. Du fliegst eigentlich im Grunde dann dahin. Und ihr holt ihn dann ab, um dann hier das hier zu besiedeln. Dann können wir da auch dann entsprechend demnächst etwas bauen. Also auch eine Untersuchung beginnen. Krustenerkundung haben wir jetzt auch. Äh, dann haben wir jetzt mal hier die Gentechnik für schnelleres Bevölkerungswachstum und so. Ach, du Scheiße. Die kommt zu uns. Weißt du, wir haben zurückgekehrt, um zurückzunehmen, was uns ist. Ach, du Scheibenkleister. Der Antaraner greift uns an. Ähm, wir sehen, er hat nur eine Bevölkerung von 13 Truppen, 11 von Credits. Also, ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt richtig ist. Er hat drei bekannte Kolonien, zwei bekannte Flotten. Das halte ich persönlich für... Also, das kann eigentlich nicht stimmen. Oh, shit. Der kommt dahin. Ist nicht so gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Ihr seid ziemlich im Arsch, meine Freunde. Aber wir werden immerhin einen Kampf mit den Antaranern erleben. Ich werde jetzt hier kein weiteres Geld ausgeben für eine Kolonie, die höchstwahrscheinlich des Todes ist. So, du bleibst hier. Ich baue jetzt einfach auch mal nochmal ein paar Schiffe, ne? Ich möchte jetzt hier Zerstörer bauen, denn ich glaube, wir haben einen verdammt guten Grund dafür. Der wird jetzt ankommen. G&M, Galactic News Network. Okay, ja, ja, da sind wir so ein bisschen hinten dran. Das gebe ich zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir bekommen es voll ins Gesicht. Oh, scheiße. Zwei Runden noch. Tja, war schön, euch gekannt zu haben. Wir bauen jetzt hier die Marinekaserne. Ich habe einen Arsch voll Geld. Ich habe keine Ahnung, ob die eine Invasion starten. Ja, aber es bringt halt auch nichts, das Geld auszugeben. Warte mal, wir können jetzt hier wieder Geld rausschmeißen. Ne, ich kann nicht noch mehr Geld ausgeben. Kann ich eigentlich mit denen in der Diplomatie was machen? Investieren 1600 geht aber nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt bekommen wir es voll... Ah, ne, noch nicht. Eine Runde noch. Ich fühle mich nicht wohl, so wie die hier angejuckelt kommen. Echt nicht. Und jetzt war es das mit unserem Planeten hier. Oh Gott, wir haben eigentlich gar keine Chance. Wir wollen... Boah, die kommen sogar mit einem Kreuzer. Warum... Oh, scheiße. Wir gucken uns das allerdings jetzt trotzdem mal hier an. Oh, je, 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 je. Die sehen schon sehr, sehr windschnittig aus. Und wir haben offiziell keine Chance. Wir werden trotzdem versuchen natürlich eines von ihnen auseinander zu nehmen. Ich möchte, dass wir uns hier auf das hier konzentrieren. Hallo? Was soll ich auf das hier zielen? Ich mach's mal langsam. Jetzt machen wir nochmal Pause. Okay, wir haben gerade eben ein paar Treffer kassiert. Wir gucken uns mal an, was die hier haben. Neutronenblaster eigentlich. Nur Neutronenblaster, nur Neutronenblaster. Was ist das hier? Das scheint der Schildgenerator zu sein, oder? Was ist das? Todesspore. Ach, du Scheiße. Neutronenblaster. Und Torpedo. Hier ist nix besonderes dabei. Raketenabwehr. Oh, okay. Die haben einfach nur ein paar sehr, sehr krasse, hochtechnologische Technologien. Oh, Mann. Jawohl, wir haben da was getroffen. Vielleicht nehmen wir es raus. Jawohl, wir haben eins zerstört. Kommt, nehmt. Versucht noch was rauszunehmen. Hier, die Schilde sind auf jeden Fall schon mal beim Teufel, wie wir sehen. Fuck. Haben die das gerammt, oder was ist da passiert? Aber wir haben es immerhin geschafft, eins zu zerstören. Ich bin so stolz auf uns. Und weine. Oh, Mann. Ich hoffe, du gehst jetzt einfach wieder. Und jetzt die News. Die Anterraner schlagen zurück. Bleibt so, wie ihr seid, Anterraner. Ich komm gleich rüber, du komischer goldener Roboter. Ha, dieser blöde goldene Kerle. Scheiße, die sind immer noch da. Ich glaube, ich werde die nicht los. Nee, nee, nee. Ich werde die nicht los. Ich werde dir Geld ausgeben müssen, um meine Flotte zu verstärken. Was siedelt nicht in unserer Nähe? Lehn ich ab. Ganz im Ernst, du komischer Kerl. Was soll denn der Blödsinn? Das ist doch nicht in eurer Nähe hier. Was? Nur weil... Nur weil ich ein Raumschiff von euch da habe. Aha. Ganz im Ernst. Das kannst du vergessen, mein Freund. Das ist meins. Meins ganz allein. So, wir bauen jetzt hier die automatisierte Fabrik. Geben dafür Geld aus. Ihr bleibt so lange hier. Äh, ich hoffe einfach, dass die Anterraner... ...wieder gehen. Mehr kann ich nicht hoffen. Ah, die gehen wieder. Boah, Gott sei Dank. Die haben einmal zugeschlagen und gehen wieder. Und jetzt haben wir hier einen Kolonieverwalter. Der gibt einen Moralbonus von plus 10%. Das will ich auf jeden Fall haben. Den heulen wir an. Und den packen wir... ...ähm... ...tatsächlich da oben hin. Auswählen. Und jetzt möchte ich auch mal gucken, wie gewinnt der eigentlich Erfahrung? Äh, wie gewinnen die Erfahrung? Boah, Verwalter. Müssen wir eigentlich hier drüber gehen. Mouse over, oder? Wo haben wir das gesehen gehabt, wie die hier Erfahrung gewinnen? Ich weiß es gerade eben nicht. Sarkonia. Auswählen. Der ist jetzt auf Sarkonia. Es sind vier Runden da. Moral. Das ist das, was er kostet. Rang. Ich hab keine Ahnung, wie der Erfahrung gewinnt. Anführer erhalten Erfahrung, solange sie ange... Ach, die sind einfach nur... Okay, die bekommen einfach Erfahrung über Zeit. Okay, wir haben auf jeden Fall... ...echt jetzt Grund, Raumschiffe zu bauen. Denn die Anteraner sind wirklich... Also, die sind aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Das ist sehr unangenehm, aus welchem Holz die geschnitzt sind. So, jetzt bauen wir hier... ...eine Weltraumfabrik. Und zwar kaufen wir die... Ich möchte natürlich so schnell wie möglich hier mit der Erforschung anfangen. Vielleicht finden wir ja so eine Möglichkeit, gegen die vorzugehen. Auf lange Sicht. Ach Gott, jetzt haben wir hier wieder einen... Der ist schon Level 2. Ach, warte mal. Ach, jetzt kann ich mir überlegen, was er jetzt verbessert. Jetzt, unser Anführer hat einen Stufenaufstieg. Die Amen, die Gräfin. Ähm, können wir uns überlegen, ob sie jetzt auf 6% Schildwiederherstellung oder auf Schiffsreparatur die Runde geht. Ich glaube... Also, man müsste halt wissen, was halt letztendlich was bringt. Ich weiß das tatsächlich jetzt gerade eben einfach gar nicht. Aber ich glaube, eine gewisse Flexibilität... Also, das hat eher die Flexibilität nach dem Kampf, um in einen neuen Kampf zu gehen. Das ist die Flexibilität innerhalb eines Kampfes. Hm. Ich glaube, ich nehme das hier. Und wir sehen, dadurch erhöht sich das Gehalt. Unsere Handelsverträge sind wieder ausgelaufen. Müssen wir gleich wieder erneuern. So, und du baust jetzt hier die Raketenbasis. Und gemeinsam... Oder nee, ich muss ja echt gar nicht gemeinsam da hinfliegen. Du kannst jetzt anfangen, hier das Asteroidenlabor zu bauen. So, Diplomatie, Trillianer, Audienz. Hallo, Ian. Handelsabkommen, jährliche Zahlungen. Machst du wieder schön Geld für mich? Das ist ein schönes Geld für mich. Macht er. Gut. Und wir machen natürlich wieder mit den Dialog. Da haben wir offiziell sogar richtig Frieden. Handelsabkommen selbstverständlich. Zahlung 20. Ja, ja, das findet er sogar ganz gut, das Angebot. Und auch mit dir. Verhandlung, Handelsabkommen. 20. Machst du das? Sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir natürlich immer noch Geld übrig. Jetzt können wir natürlich auch mal mit den Mirschan reden. Ein starkes Nummer, aber wir können es funktionieren. Komm. Absolut. Und jetzt können wir auch noch Handelsabkommen machen. Nimmst du 10 Stück? Also gibst du mir 10? Ein starkes Nummer, aber wir können es funktionieren. Oder 20? Ja, das ist doch gut. Genau. Und jetzt möchte ich natürlich dann auch noch mit den Gnolam reden. Die mögen uns zwar jetzt nicht so sehr. Okay, der ist ein bisschen sauer auf uns. Seien wir mal ehrlich. Er ist ein bisschen sauer auf uns. Okay, der nimmt das an. Handelsabkommen. Das können wir machen. Er ist halt ein bisschen sauer auf uns. Und ich möchte unser Standing ein bisschen verbessern. Und wir machen jetzt halt 204 pro Runde. Und das ist mir einfach lieber als alles andere. So, dauert es anscheinend einfach ein paar Runden hier. Wir nehmen das Klonzentrum. Und als nächstes... Miniaturisierung der Strahlen. Fusionsstrahl. Da sehen wir zum Beispiel, der Fusionsstrahl ist genauer. Der hat von der Reichweite her eine geringere Abnahme. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Die Fusionsbombe hat eine Reichweite von 15. Warum hat man die Reichweite von 15? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Merculit-Raketenanpassung. Xenobiotik. Ähm. Was ist denn der Recyclo-Tron? Das ist neu. Auf einem sehr reichen Planet. Okay, die haben das komplett angepasst. Das Recyclo-Tron ist neu. Hahaha. Okidoki. Ach, komm. Wir nehmen jetzt das da. Das ist interessant. So, jetzt haben wir... Ne, 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 ne. Zack. So will ich das haben. Jetzt bauen wir hier zwar ein bisschen Verschmutzung auf, aber dagegen können wir anarbeiten. Indem wir erst das hier bauen und dann das hier. Ui, ui, ui. Die hauen aber ganz schön rein hier, die Kollegen. So. Marine-Kaserne ist hier auf... Abgeschlossen. Also, so wie es aussieht, erholen wir uns wieder von diesem Schlag. Es ist kein tödlicher Schlag gewesen, aber es war definitiv ein äußerst unangenehmer. Ist aber auch fair. Ich hatte schon so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht ein bisschen zu krass sein könnte, wenn die zuhauen. Aber es geht. So. Wir klicken weiter durch die Runde. Zerstörer ist hier abgeschlossen. Da sind es noch drei Runden. Wer bist du eigentlich? Mirschan. Ich weiß gar nicht, warum der Knolam so rumgemeckert hat, dass wir da gesiedelt haben. Das verstehe ich nicht. Wir sind ja gar nicht in seine Nähe gekommen. Verstehe ich nicht. Äh, ich baue jetzt hier den Zerstörer weiter. Wie gesagt, ich baue jetzt hier hauptsächlich ein paar Zerstörer. Du siedelst dich da auch zu dieser anderen Truppe. Ähm. Beginne ich die Runde. In der nächsten Runde ist das hier fertig, ne? Ja. Ach du Scheiße! Nein! Das ist ein Pirat! Ich hab den Pirat übersehen. Nein! Nein! Ja, hätte ich nicht klicken sollen. Ah, aber okay. Er kommt tatsächlich hierher. Und wir können hier den automatischen Kampf machen. Und unsere Leute machen ein bisschen Erfahrung. So, jetzt ist das hier fertig. Asteroidenforschung. Okay, das Ding forscht jetzt einfach. Das ist einfach fröhlich am Forschen, so wie es aussieht. Ach, du Scheibenkleister. Ach, deswegen war der so angepisst. Deswegen. Ah, das erklärt so ein bisschen was. So, dann bauen wir das jetzt hier. So, wir rüsten alles auf. Haben jetzt hier... Ich wollte alles. Ähm. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt nochmal den Kreuzer angucken. Oh, der Kreuzer. Der baut aber voll auf Markulid-Raketen. Gucken wir uns mal den Kreuzer an. Ich sag jetzt nicht, wie das Ding aussieht. Ne, das sag ich nicht. Ja, das sieht doch schon sehr viel besser aus. So. Und was für eine Rolle wollen wir dem geben? Theoretisch eigentlich auch... Nahkämpfer eventuell. Ich meine, das ist ein Kreuzer. Auf der anderen Seite hat er jetzt... Ja, komm. Daraus machen wir jetzt Nahkämpfer. Und machen jetzt hier die ganzen Ionenblaster-Sachen draus. Rundrum. Hinzufügen. Wobei, ne, das ist ja eigentlich total scheiße. Im Grunde, du brauchst ja keine schwere Lafette. Wenn du die Waffenreichweite nicht erhöhen musst, ne. Ach, das ist mit den Markulid-Raketen einfach besser. Fünf Stück will ich drinnen haben mit diesen verbesserten Dingern. Genau, dann können wir das so machen. Was haben wir eigentlich hier? Nichts. Okay. Das ist jetzt... Wobei Nahkämpfer ist blöd. Der soll hier einfach als Blitzer agieren. So, und jetzt können wir bei der Fregatte... Auch die Verbesserungen reinmachen, oder? Ne, das kostet einfach zu viel. Ne, ne, die sollen so bleiben, wie sie sind. Dürfen sie. Fertig. Ähm, da werden wir sowieso noch Änderungen vornehmen. Jetzt nehmen wir die... Xenobiotik? Ne. Was sind das? Protonen-Torpedos-Verlagerungsgerät. Wir nehmen die Xenobiotik. Ich möchte auf jeden Fall den Bodenanreicherer haben. Zerstörer upgraden. Das upgraden. Das ist halt teuer jetzt mit der Panzerung. Also, das haben sie sehr, sehr teuer gemacht. Aber wir machen auch gerade wirklich sehr viel Geld. Geldtechnisch sind wir gut aufgestellt. Man könnte meinen, wir sind ein Gnolam. Okay. Wo haben wir eigentlich Piraten? Sehe ich das? Da nicht. Da! Komm, wir holen uns diese Piraten. So ein potenzielles Level ab. Für unsere Leute. Ja, ja, ich nehme deine Botschaft. Ich nehme deine Botschaft. Keine Sorge, mein kleiner Knubbelkopf. So, Anführer, wir gucken mal drauf. Der hat jetzt auch schon einen halben Level hier. Der macht auch ein bisschen und der macht auch schon. Also, es läuft gut voran. Was ist das hier nochmal? Strahlenverteidigung der Flotte gegen Antaraner und Raummonster. Ja, wir sollten den halt echt irgendwo auch mal haben, wo Antaraner kommen. Aber das weiß man halt vorher nicht so immer. Das weiß man nicht immer im Voraus. Also, das hier ist wirklich ein Megasystem. So, wir können jetzt hier tatsächlich ein weiteres Kolonieschiff aufbauen. Und zwar ganz, ganz easy. Und wo wollen wir das dann haben? Ich habe keine Ahnung. Sehe ich jetzt hier schon irgendetwas? Nein. Ah, da haben sie auch was hingebaut. Asteroidenlabor. Ähm. Dann schicke ich die dann hier irgendwie zurück. Ja, läuft hier. Dann können wir jetzt hier die hydroponische Farm bauen. Du bleibst hier einfach. Das stagniert hier einfach in der Zeit. Ist aber auch nicht schlimm. Boah, die breiten sich echt aus wie eine Pest. So. Und hier knallen wir die jetzt weg. Ja, gibt ein bisschen Geld. Was ist das da? Hohe Gravitation. Reich und gewaltig. Ist natürlich logisch, dass eine hohe Anzahl an Mineralien natürlich auch zu einem schwereren Planeten führt. Aber es spielt mir trotzdem gerade nicht in die Hände. So. 12.13. Ich bin mir überlegen, ob es hier jetzt Zeit von Klonzentrum wird oder von Datenzentrum. Ich glaube, es wird hier tatsächlich Zeit von Datenzentrum. Wir haben jetzt hier natürlich einiges an Raumschiffen gebaut. Aber eigentlich gehen noch mehr. Ich will jetzt aber mein Geld gerade eben nicht zum Fenster rauswerfen. Zumindest nicht so. Ich kaufe mir jetzt hier wieder die Sternenbasis. Da schmeiße ich jetzt Geld zum Fenster raus. Einfach so, weil das Ding hier halt auch mal geschützt sein muss. So. Und wir kehren hier zurück. Ich möchte mal gucken, wie viele Erfahrungen haben die dadurch gemacht? Ja, wieder so ein bisschen. So ein Viertel hier. Und hier dauert es jetzt halt deutlich länger. Genau. Der ist jetzt aber schon Captain. Okay. So. Okay. In Vielda entwickelt sich. Wieder. Muss man sagen. Wieder. Stand ja schon mal besser da. Und jetzt bauen wir das Klonzentrum. Ich hoffe, dass die Anteraner das nächste Mal nicht zu uns kommen. Eine ganz, ganz große Hoffnung. So. Und wir haben jetzt den Boden an Reicherer erforscht. Was forschen wir als nächstes? Entweder die Fusionswaffen oder ne, die Neutronenphysik. Genau. Und so weiter. Zarkonia ist wieder gewachsen. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich in Zarkonia die nächste Stufe nicht machen kann. Wahrscheinlich fehlt einfach hier irgendwas. Kapitol. Protektorat Ellerianer. Weltraumhafen. Ich glaube, ich muss da wirklich mal hinfliegen. Mit irgendwas. Oder ich fliege mal mit dem Kolonieschiff hin. Ich gucke mal, was passiert. Also ich werde zum Zweifelsverladen bin in der nächsten Folge. Wenn ich versehentlich die kaputt mache, dann werde ich es laden. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge erstmal wieder. Wenn ich da ein paar Tests durchführe. Macht's gut. Bis dann. Tschüss und Ade.